Hallo und herzlich willkommen bei unserer Hotline für Menschen mit psychischen Problemen. Wenn Sie unter einer Zwangsneurose leiden, dann drücken Sie bitte immer wieder die 1. Wenn Sie co-abhängig sind, dann bitten Sie jemanden für Sie die 2 zu drücken. Multiple Persönlichkeiten drücken bitte die 3, 4, 5 und 6. Wenn Sie paranoid sind, wissen wir genau was Sie wollen. Bleiben Sie einfach in der Leitung, damit wir Ihren Anruf zurückverfolgen können. Wenn Sie zu einer Warnvorstellung neigen, drücken Sie die 7 und wir stellen eine Verbindung zu Ihrem Raumschiff her. Wenn Sie schizophren sind, hören Sie ganz genau hin. Eine dünne, helle Stimme wird Ihnen zuflüstern, welche Nummer Sie drücken müssen. 69 Wenn Sie Linostheniker sind, wählen Sie folgende Zahlenkombination. 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 Wenn Sie nervöse Störungen haben, rummeln Sie so lange an der Tastatur herum, bis sich ein Spezialist meldet. Wenn Sie unter Gedächtnisschwund leiden, geben Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Adresse, die Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum und Ihre Sozialversicherungsnummer und natürlich den Mädchennamen Ihrer Mutter. Wenn Sie an einem Posttraumatischen Stresssyndrom leiden, drücken Sie langsam und vorsichtig dreimal die Null. Wenn Sie manisch depressiv sind, hinterlassen Sie uns nach dem Signalton, vor dem Signalton oder nach dem Signalton eine Nachricht. Bitte warten Sie auf den Signalton. Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die Neuen. Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die Neuen. Wenn Sie unter einem Minderwertigkeitskomplex leiden, dann legen Sie bitte auf. Die Leute hier sind sowieso viel zu beschäftigt, um ausgerechnet mit Ihnen zu reden. Wenn Sie in den Wechseljahren sind, legen Sie auf, machen Sie einen Ventilator an, legen Sie sich hin und weinen Sie. Sie werden nicht immer verrückt bleiben. Wenn Sie blond sind, drücken Sie um Himmels Willen auf keine Knöpfe. Sie bringen uns alles durcheinander. Wir danken für Ihren Anruf. Einen schönen Tag noch!